Jede Woche neu. Der InsideHandy Newsflash. Trends, Tests, Tarife. InsideHandy. Einfach Wissen. Die vergangene Woche stand ganz im Zeichen des Mobile World Congress in Barcelona, der größten Handy-Messer der Welt. Neben den dort präsentierten neuen Smartphones und Tablets sorgten aber auch weitere Ankündigungen und Neuigkeiten für Gesprächsstoff in der Mobilfunkbranche. So zum Beispiel die angekündigte Allianz von Nokia und Microsoft. Derweil bleiben Apps ungebrochen beliebt und auch Googles Betriebssystem Android setzt seinen Siegeszug fort. Mehr dazu im neuen InsideHandy Newsflash. Ich bin Frank Preiss. Hallo. Nokia und Microsoft gehen gemeinsame Wege. Der finnische Handyhersteller Nokia richtet sich neu aus. Das Unternehmen will seine Smartphones künftig mit Microsofts mobilem Betriebssystem Windows Phone 7 ausstatten. Von der Partnerschaft erhoffen sich Nokia und Microsoft, bessere Chancen gegen die Konkurrenz durch Apple und Google zu bestehen. Die Kooperation kommt nicht überraschend. Bereits seit Wochen gibt es entsprechende Spekulationen. Ganz fallen lassen will Nokia seine eigenen mobilen Betriebssysteme aber nicht. So sollen weiterhin Geräte mit Symbien produziert werden. Außerdem kündigte das Unternehmen an, noch in diesem Jahr mindestens ein Smartphone mit Mego auf den Markt zu bringen. Unterdessen hofft Google weiterhin auf eine Zusammenarbeit mit Nokia. Der Internetkonzern will den Finnen eine Tür zu Android offen halten. Deutsche Telekom rüstet auf. Die Deutsche Telekom will bald Angebote für die virtuelle Geldbörse im Handy liefern. Der Bonner Konzern hofft sich Wettbewerbsvorteile durch das Mobile Wallet. Noch 2011 sollen Telekom-Kunden den Dienst nutzen können. Künftig solle man dabei das Handy nur mehr an ein Lesegerät halten, um etwa Waren oder Tickets zu bezahlen. Voraussetzung für die Nutzung ist, dass das Gerät Near Field Communication unterstützt. Doch auch im Handel müssen entsprechende Terminals vorhanden sein. Außerdem will die Telekom in mehreren Schritten auf 4G-Standard kommen. Darüber hinaus bringt die Telekom eine EU-Flatrate für Datenroaming. Telefonica O2 startet mit LTE und neuem Namen. O2 will noch im zweiten Quartal 2011 mit der Vermarktung des neuen Mobilfunkstandards LTE beginnen. Als Technologiepartner werden Huawei Technologies für den Ausbau im Süden und Westen Deutschlands und Nokia Siemens Networks für die restlichen Regionen genannt. LTE soll vor allem ländliche Gebiete, in denen kein DSL-Anschluss verfügbar ist, mit mobilem Breitbandinternet versorgen. Außerdem gab der Mobilfunkbetreiber bekannt, den Firmennamen ab dem 1. April von Telefonica O2 Germany in Telefonica Germany zu ändern. O2 verschwindet also aus dem Firmennamen. Als Markenname wird O2 allerdings erhalten bleiben. Somit wird sich für Privat- und Geschäftskunden nichts ändern. Apple-Lieferanten lassen Kinder arbeiten. Bei einer Überprüfung seiner Zulieferer hat Apple festgestellt, dass es unter seinen Lieferanten Fälle von Kinderarbeit gibt, berichtet die Financial Times Deutschland. Insgesamt wurden 127 Betriebe geprüft. Dabei wurden 37 Unregelmäßigkeiten aufgedeckt. Bei zehn Betrieben sollen Minderjährige beschäftigt gewesen sein. Insgesamt 91. Einem Unternehmen, bei dem zum Zeitpunkt der Untersuchung 42 Minderjährige beschäftigt waren, hat Apple die Zusammenarbeit gekündigt. Von den anderen Betrieben forderte der Konzern bessere Kontrollen bezüglich des Alters ihrer Mitarbeiter. Ebenfalls bemängelt wurde der fahrlässige Umgang mit gefährlichen Chemikalien. So sollen in einem Betrieb insgesamt 137 Arbeiter in unzureichend belüfteten Räumen mit der Chemikalie in Hexan gearbeitet und gesundheitliche Schäden davon getragen haben. LG will 3D-YouTube aufbauen. LG hat eine Partnerschaft mit dem Videoportal YouTube bekannt gegeben, die Usern ein umfassendes mobiles 3D-Erlebnis ermöglichen soll. Denn kommende Android-Geräte des Elektronikkonzerns werden Nutzern die Möglichkeit bieten, 3D-Videos über das Webportal zu teilen sowie Content von dort zu beziehen. Den Anfang soll das 3D-fähige Smartphone Optimus 3D machen. Mit dem Mobiltelefon können sowohl dreidimensionale Fotos als auch Videos in 3D aufgenommen werden. Unklar ist allerdings, ob man zum Betrachten der 3D-Inhalte eine spezielle Brille benötigt. Das Optimus 3D wird im zweiten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen. Android-Marktanteil wächst immer stärker. Googles mobiles Betriebssystem Android bleibt auf dem Vormarsch. Nach aktuellen Zahlen des Elektronik-Forschungsunternehmens GFK Retail & Technology hält der Konzern derzeit rund ein Viertel des Markteinteils in Europa. Zum Vergleich, Anfang 2010 waren das nur 5%. Das ungewöhnlich starke Wachstum war auch in anderen Regionen zu beobachten, zum Beispiel in Asien und Lateinamerika. Die Marktforscher gehen davon aus, dass Android seinen Marktanteil auch in den kommenden Monaten aufrechterhalten wird. Apps bleiben der Relle. Die deutschen Handynutzer haben im Jahr 2010 rund 900 Millionen mobile Anwendungen auf ihre Mobiltelefone geladen. Damit hat sich die Zahl der App-Downloads im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Das berichtete der Hightech-Verband Bitkom. Im Jahr 2010 waren fast 90 Prozent aller in Deutschland heruntergeladenen Apps kostenlos. Mit den 110 Millionen kostenpflichtigen Apps wurde im Jahr 2010 ein Umsatz in Höhe von 357 Millionen Euro erzielt. Das entspricht einem Plus von 88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Durchschnittspreis der Bezahl-Apps lag bei 3,25 Euro. Treiber der App-Downloads ist die steigende Verbreitung von Smartphones und Tablets. Das war der Inside Handy News Flash. Woche für Woche die neuesten Trends, Tests und Tarife. Insidehandy.de Einfach wissen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.